hallo leute und willkommen zu einem kurzen update video ja ios 13 steckt noch voller bugs und voller probleme das habt ihr bestimmt schon selbst gemerkt irgendwo gibt es immer ein kleines problem es gibt hänger es gibt probleme hier bei der verbindung mit der apple watch und dass da nicht immer alles gut läuft auf dem ipad gibt es probleme und ja das haben nicht nur wir gemerkt nein auch apple merkt da ist noch eine ganze menge was repariert und gefixt werden muss eine menge löcher zum stopfen und ja sie machen munter auch damit weiter ich habe hier gerade das neueste update installiert das ist ios 13.1.3 und ist mit 110 megabyte bei mir aufgeschlagen und wir schauen mal kurz drüber es sind im prinzip zehn löcher die hier gestopft wurden und wir gehen es mal kurz durch einmal wird hier ein problem behoben wo euer telefon vielleicht bei einem eingehenden anruf nicht mehr klingelt oder vibriert wäre eine blöde sache also wer das problem hatte hiermit wird es behoben das neueste update behebt probleme bei denen einladungen in mail nicht geöffnet werden können außerdem wird ein problem in der health app behoben ja was mit der sommerzeit zusammenhängt dann wird hier ein problem behoben bei sprach memos dass wenn die aus dem backup wieder hergestellt werden das nicht mehr richtig funktioniert hat dann wird ein problem behoben das ist wichtig wo mitteilungen nicht mehr hier auf die apple watch übertragen werden und hatte ich auch schon mal gehabt da hatte ich zwar die uhr an alles war soweit verbunden und trotzdem hat hier mein telefon ja den hinweiston gegeben und nicht die apple watch also ich hoffe das ist dann hiermit wieder richtig alles im load dann noch mal die apple watch wer probleme hatte seine apple watch mit dem iphone zu koppeln hier ist die lösung hoffentlich also auch das problem sollte aus der welt geschafft sein und noch mal hier icloud backup wenn ihr probleme hatte dass manche apps nicht mehr richtig runtergeladen wurden beim icloud backup auch das sollte hiermit der vergangenheit angehören und dann noch mal das thema bluetooth ist ja immer wieder hier ein thema in ios 13 wer da immer noch probleme hatte dass irgendwie bluetooth verbindungen abbrechen dass ihr geräte nicht koppeln könnt dass plötzlich die verbindung abreißt sei es mit eurem auto mit airpods mit kopfhörern egal mit was also daran ist ja auch noch mal gearbeitet worden dass die bluetooth verbindung einfach stabiler wird also ja so ein kleiner dauerbrenner hier in ios 13 hoffentlich damit endlich gelöst und die leistung beim start von apps die game center verwenden ist auch noch mal verbessert worden hui also ihr seht eine ganze menge baustellen die hier mit ios 13.1 punkte 3 behoben werden hoffentlich ich bin gespannt denn ich habe hier echt einiges an problemen freunde auch hier hinten auf dem ipad ich zeige euch gleich noch mal was denn auch da gibt es ein update aber ich würde mal sagen hier zum iphone soll es das mal soweit gewesen sein also ruhig mal das update machen wer diese probleme hatte ich habe ja auch so probleme gehabt dass meine apple watch nicht immer richtig reagiert hat und zwar wenn ich dann hier tap to wake gemacht habe ja dann hat die manchmal nicht richtig reagiert oder die befehle wenn ich den media player vom iphone steuere die kommen da echt nur verzögert manchmal durch und das hier ist ja die neueste serie 5 und das liegt echt nur an der software mit der serie 3 und der alten software hatte ich solche probleme nicht also apple haut rein hier für die apple watch ich habe eben noch mal kurz nachgeschaut habe gehofft dass da vielleicht auch noch ein software update ist aber ich habe eben schon gesucht und da gibt es aktuell noch kein neues update kommt vielleicht noch hinterher für die apple watch aber wie gesagt für das ipad ja da gibt es ein update denn hier habe ich ein ganz komisches problemchen entdeckt und zwar wenn ich die apps hier unten in der leiste habe kann ich oft die apps nicht mehr öffnen wie hier zum beispiel ihr seht ich habe hier youtube und ich tippe da drauf und ja so kann man sehen da kommt nix youtube öffnet sich nicht aber wenn ich ganz normal hier youtube öffne dann funktioniert sofort aber wenn ich dann noch mal hier unten hingehe und will da öffnen dann tut sich da überhaupt gar nichts und das problem habt nicht nur ich das hat meine freundin das habe ich schon von anderen gehört also ist wohl ein problemchen was hier ziemlich verbreitet ist dass hier unten ja einfach nicht die apps mehr reagieren teilweise die hier reagiert und die reagiert auch aber hier youtube weigert sich einfach so dann dachte ich mir ach sehr schön ich schaue mal nach einem update ipad os 13 punkt 1.3 mit gerade mal schnuckeligende 70 megabyte und wir lesen mal durch was wird denn hier behoben leider steht dieses spezifische problem hier nicht drin im prinzip ganz ähnlich nur ein bisschen weniger wie auf dem iphone also auch probleme mit einladung in mail wird behoben das sprachmemos problem beim backup wird behoben dass apps nach einem cloud backup nicht runtergeladen werden können und noch mal diese ganze bluetooth und gamecenter geschichte auch das wird hier bei ipad os 13 punkt 1.3 behoben ich mache das update einfach mal und hoffe dass vielleicht dennoch mein kleines problemchen hier unten mit der mit der leiste dann behoben ist dass hier die apps auch wieder öffnen tja leute das ist es also viele neue updates zwei stück an der zahlen viele updates aber ich sag mal in summe viele updates hier für ios 13 in relativ kurzer zeit denn es ist und bleibt eine baustelle für apple an der sie noch einiges schrauben müssen bisher richtig mal alles rund läuft also macht ruhig das update wenn ihr eines der probleme hier bemerkt habt freunde und ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss bis zum nächsten update allzu lange wird es bestimmt nicht auf sich warten lassen also schauen wir mal bis dann